15 außergewöhnliche Link-Billing-Methoden, die deine Konkurrenz nicht kennt bzw. nicht im Einsatz hat. Das ist das Thema der heutigen Folge. Viel Spaß damit. Fangen wir direkt mit der ersten Link-Billing-Methode bzw. mit dem ersten Link-Billing-Tipp an und zwar Backlinks kaufen. Das war natürlich nur ein Witz, also nur ein Spaß. Bevor ich mit den eigentlichen Link-Billing-Methoden starte, hier noch ein paar kleine Warnhinweise. Wenn du die ignorieren möchtest, dann vielleicht Timestamps einbauen, dann überspringen die einfach. Aber eine Warnung besonders an alle Anfänger da draußen. Außergewöhnliche Link-Billing-Methoden bedeutet, dass diese natürlich nicht immer gleich gut funktionieren. Bei manchen werden sie vielleicht gar nicht funktionieren. Hier musst du auch immer eine gewisse Geduld mitbringen. Damit können erst oftmals erste einfache Links aufgebaut werden, nichtsdestotrotz, wenn man hier dran bleibt. Niemals zu betreiben, natürlich Link-Spam wird bekannterweise nicht gern gesehen von Google und auch entsprechend abgestraft. Daher niemals die gleichen Link-Billing-Taktiken immer wieder einsetzen, das immer zu wiederholen. Das kann nach hinten losgehen. Genauso ist es mit den Anker-Texten. Niemals die gleichen Anker-Texte setzen. Das wird dann auch irgendwann ein gewisses Muster, was Google sehr, sehr schnell und sehr, sehr leicht erkennen kann. Das kann übelst nach hinten losgehen. Und niemals andere Leute einfach ausnutzen. Also einige Tipps, die ich gleich vorstellen werde, die beziehen sich auf den Bereich Kooperation, auf eine Art Networking. Und hier bitte niemals irgendwelche Leute einfach nur ausnutzen, nur weil du einen Backlink wirklich haben willst. Eröffne dich anderen Leuten, wirklich interessiere dich auch für andere Leute und sehe dich nicht irgendwie als Objekt an, von dem man einen Backlink haben kann. Denn so will niemand behandelt werden und du bestimmt auch nicht. Deswegen immer mit Respekt andere Leute behandeln. Und ansonsten hat man seinen Namen und seinen Ruf doch sehr, sehr schnell verbrannt in einer gewissen Nische. Und das willst du garantiert nicht haben. Und jetzt genug mit den Warnhinweisen. Let's go mit den ersten Link-Building-Methoden. Und zwar deine Wettbewerber über Foren beobachten. Also sprich, du schaust dir an mit den Google-Parameter zum Beispiel deinen Wettbewerber, also den Namen deines Wettbewerbers, plus in URL Doppelpunkt Forum. Da kannst du sehr, sehr schnell Foren finden, in denen halt über deinen Wettbewerb gesprochen wird. Und ja, dann kannst du vielleicht da auch in dieses Forum reingehen und über dein Produkt, deinen Shop sprechen. Also wo zum Beispiel jemand in ein Forum reingeht und sagt, hey, ich suche einen interessanten Online-Shop für das und das. Und wenn du dann eben auch in Online-Shop bist, der eben diese Produkte anbietet, dann, hey, warum ist es dann nicht sinnvoll, sich da ebenfalls zu verewigen mit deinem Link. Also da einfach mal schauen. Du kannst auch deinen Wettbewerber plus in Text Forum kannst du auch eingeben mal und da einfach mal die Google-Serbs abgrasen und da vielleicht das eine andere Fundstück oder Goldstück finden. Nächster Tipp ist, weiter bei deinem Wettbewerber die über Google Alerts zu beobachten. Da einfach schauen, hey, bei Google Alerts deine Wettbewerber die Namen eintragen und schauen, hey, wann werden die da erwähnt? Bekommen die irgendwo Pressemeldungen etc. oder von irgendwelchen Blogs, von irgendwelchen Zeitungen? Werden die ebenfalls irgendwo erwähnt? Und dann würde ich versuchen, mit Journalisten in Kontakt zu treten, wenn die schon über ein Thema schreiben und da deine Wettbewerber erwähnen, dass du da vielleicht auch mit den Journalisten da in Kontakt drehst oder mit dem Blogger und sagst, hey, wir bieten das ebenfalls an, können wir auch eine Kooperation starten etc. Also hier einfach mal schauen, was die Wettbewerber überhaupt online PR-technisch unterwegs sind, was die da machen und dann einfach schauen, hey, kann ich das ebenfalls machen, kann ich das vielleicht besser machen? Da ist es auf jeden Fall sehr, sehr interessant, ein sehr, sehr einfacher Tipp. Tipp Nummer 3 ist response-source.com, die gute alte HARO-Taktik, help a reporter out, ist ein bisschen ausgelutscht, das muss ich schon zugeben, nichtsdestotrotz ist das immer noch eine Taktik, die theoretisch funktionieren kann. Wie gesagt, außergewöhnlichen Link-Bilding-Methoden, hier muss natürlich schon gewisse Ausdauer haben und zwar response-source.com ist eine Anlaufstelle für Journalisten, die Hilfe brauchen bei Quellen-Recherche, also ich spreche die über ein Thema, was schreiben müssen, aber hier Experten suchen, die ihnen dann zur Seite stehen bzw. beratend tätig sein können und nehmen wir an, jemand, ein Journalist sucht natürlich in deiner Nische irgendetwas, dann kannst du da natürlich auch helfen und entsprechend auch hoffen, dass vielleicht der Journalist dich später dann entsprechend verlinkt. Das Wichtige ist, dass du hier einfach Kontakt zu anderen Journalisten, zu anderen Bloggern bekommst und hier einfach eine gewisse Reputation mit diesen aufbauen kannst. Und wenn man erstmal diese Kontakte hat, dann kann man natürlich auch den entsprechenden Backlink bekommen. Nächster Tipp ist, reine Ratgeber-Webseiten erstellen, diese rein informativ zu halten. Früher hat man dazu Satellitenseiten genannt, das waren meistens ganz, ganz schäbige Seiten mit ganz, ganz wenigen Unterseiten mit Thin-Content, der einfach Bullshit war. Das meine ich jetzt hier nicht. Ich meine wirklich, reine, informative, hochwertige Ratgeber-Seiten zu erstellen. Ein Beispiel ist zum Beispiel Brandmelder. Du schreibst einen Blog, das kann auch eine Landingpage mit einer Seite sein. Alles über Brandmelder. Was gibt es? Pflichten. Was sollte man beachten? Da gibt es sehr, sehr viele Informationen, die für alle Verbraucher, die in einer Wohnung oder in einem Haus wohnen, wirklich sehr, sehr wichtig sind. Betrifft alle und ist auch für alle interessant, beziehungsweise besonders interessant für Webseiten, von denen man mit hoher Wahrscheinlichkeit keinen Link kaufen kann. Ich spreche hier von Feuerwehrvereinen zum Beispiel, von städtischen Webseiten, von Behörden etc. Wenn du so eine rein informative Webseite hast über das Thema Brandmelder, dann kannst du wunderbar auf andere zugehen und sagen, hey, schau mal hier, das ist eine interessante Information, vielleicht könnt ihr hier das auch verlinken. Es gibt Feuerwehrvereine, die wahrscheinlich auch eine Linkliste haben mit weiterführenden Informationen. Da sich einfach eintragen lassen, da auf die Leute zugehen. Das Wichtige ist, diese Webseite darf natürlich nicht werblich sein. Also wenn du eine rein informative Webseite über Brandmelder schreibst, dann auf keinen Fall Werbung, da darf das stehen. Es muss alles rein informativ sein, damit die Leute eben da auch Vertrauen haben und das entsprechend auch verlinken. Was du später machen kannst, ist, wenn du natürlich dann die ganzen Links einkassiert hast, dann schauen, hey, kann ich hier vielleicht meinen eigenen Onlineshop, meine eigene Webseite dann da Links in der rein informativen Brandmelder Webseite einbauen, um da die eigene Webseite zu stärken. Das musst du dann selbst schauen. Es gibt Leute, die stampfen das komplette Projekt ein, leiten das mit 301 weiter. Ich würde das aber so machen, dass man dann einfach Links zu deren eigenen Shop oder zur eigenen Webseite setzt. Link-Listen suchen, Klassiker machen viele nicht. Das ist ein ungenutztes Potenzial, leider sage ich schon, nicht leider, ganz normal über die Google-Suche, intitle.keyword und direkt einen Absatz, ein bisschen Absatz, einmal Leertaste drücken und dann URL.links einmal eintragen. Dann kannst du allgemeine Linklisten finden, also intitle.zieherfische, wenn du Onlineshop für Zierfische bist, intitle.zieherfische space in URL links, findest du Linklisten von zu deinem Keyword und da kannst du dann auch mal nachfragen, hey, wieso bin ich da noch nicht eingetragen? Kannst du mich bitte auch eintragen, lieber Webmaster? Wenn du Uni-Links haben willst, dann einfach mal in URL.uni, dann space links mal eintragen und dann schauen, hey, was gibt es da für Linklisten von Universitäten? Hier kann ich aber schon eine Warnung aussprechen. Das ist jetzt, das machen sehr, sehr viele und versuchen auch immer noch, nach wie vor, sehr, sehr viele zu machen. Hier musst du schauen, dass du wirklich was außergewöhnlich hast, den wirklichen Mehrwert für Studenten oder für Universitäten mit sich bringt. Eine kleine Nischenseite, die über irgendwelche Fake-Tests erstellt, wird da sehr wahrscheinlich keine Chance haben, aber das ist einfach mal nur so ein erster Weg. Du kannst es natürlich auch kombinieren mit in URL, Doppelpunkt, Uni, dann space links, plus dein Keyword, dass du schaust, hey, ich separiere mal die Linklisten nach meinem Bereich, nach meinem Themenbereich, um zu schauen, dass du spezielle Linklisten findest. Geht natürlich auch mit Städten, mit Behörden, mit Vereinen. Das ist natürlich alle Optionen offen. Ist sehr, sehr viel Recherchearbeit, aber das sind eben Links, die man nicht für Geld kaufen kann, die da entsprechend sehr, sehr stark sind, besonders von Behörden, von Universitäten, Städten, etc. Da einfach mal ein bisschen Recherchearbeit investieren und dann kann man mit etwas Glück auch richtig geile Links bekommen. Ja, Studentenrabatte anbieten. Einfach mal in Text, Doppelpunkt, Studentenrabatte, plus in URL, Doppelpunkt, Uni mal eintragen. Kannst das bloß auch weglassen, einfach in Space eintragen. Hier sind das dann Universitäten, die ja eine Landingpage haben mit Studentenrabatten. Für Seiten, Beispiel kommt gleich. Hier ist auch extrem wichtig, wirklich nur auch ehrlich sein und Produkte anbieten, zu denen du wirklich auch einen Rabatt anbieten kannst. Ein einfaches Beispiel ist hier von Uni.at. Hier gibt es Friseure, Karate-Vereine, die hier wirklich Rabatte anbieten für die Studenten. Die bekommen alle einen fetten Link zu ihrer Webseite. Sowas kann funktionieren, aber es muss ja wirklich ein Mehrwert auch für die Studenten sein. Ansonsten wird man halt da nicht aufgenommen. Weitere Tipp, wir bleiben bei den Studenten bei den Universitäten. Studentenjobs anbieten. Viele Universitäten bieten ja Möglichkeiten an, PDFs hochzuladen mit Stellenausschreibungen für ihre Studenten. Es kann Nebenjobs sein, aber auch Erste-Einsteiger-Jobs. Hier einfach schauen, dass du in der PDF natürlich einen Link zu deiner Webseite einbaust. Das kann auch schon zählen. Ist natürlich kein super starker Link. Meistens sind solche Studentenjobs, werden nach gewissen Zeit wieder gelöscht. Aber was man mitnehmen kann, kann man mitnehmen. Und ganz, ganz wichtig hier auch die Bitte, wirklich nur Jobs hier ausschreiben, die du auch wirklich zu vergeben hast. Hier keine Leute zu verarschen. Das ist einfach ziemlich nicht nice, sage ich jetzt mal. Fleißigen Studenten kann man immer gebrauchen, auch im Homeoffice. Deswegen nur Stellenausschreibungen, wirklich online Stellen, die auch wirklich später besetzt werden sollen. Dann Link-Building via Textbroker. Das könnt ihr auch statt Textbroker, könnt ihr hier Content.de oder sonst irgendetwas hinschreiben. Es gibt ja verschiedene Texter-Plattformen mittlerweile. Die Taktik ist hier, du wirst als Texter beauftragt und du schaust dir einfach an, dass du dich als Texter dort registrierst und schaust nach Briefings, die Quellen verlangen. Also sprich, wo du was schreiben musst und das mit Quellen unterlegen musst. Und dann würde ich schauen, passt das thematisch zu meiner Webseite? Würde ich dort entsprechend dann natürlich auch den Link zu meiner Webseite in den Text einbauen und dann hoffen, dass der Text, dass der Auftraggeber diesen Text so eins zu eins übernimmt und dann entsprechend zu deiner Webseite verlinkt. Ist natürlich ziemlich viel Arbeit, auch ein bisschen mit Glück verbunden, kann aber nichtsdestotrotz funktionieren. Und das Thema der heutigen Folge sind natürlich auch außergewöhnliche Link-Building-Tipps. Deswegen, das ist definitiv außergewöhnlich. Kann funktionieren auf jeden Fall. Dann eigentlich auch ein Klassiker, Testimonials schreiben machen viele nicht, bringt aber eigentlich relativ viel, weil man da auch oftmals von der Startseite aus ein Backlink bekommt. Hier würde ich einfach schauen, welche Dienstleiste benutzt du oder Dienstleistungen beauftragst du aktuell? Haben die eigene Webseiten? Haben die Testimonials schon auf der Startseite? Und da würde ich einfach dir anschreiben und sagen, hey, ihr habt ja ein paar Testimonials, ich kann euch auch ein cooles Testimonial geben und auch direkt dann fragen, hey, kriege ich auch einen Link dazu? Weil, muss man immer schauen, ob die das wollen. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es okay, mein Gott, ja, Leben geht weiter. Aber es würde einfach schauen, hey, welche Dienstleiste beauftragst du aktuell? Und kannst du denen halt ein Testimonial geben? Und bekommst dann im Gegenzug dazu halt auch mal einen starken Backlink. Kann funktionieren, muss nicht. Und das einfach mal probieren. Dann Bilder veröffentlichen. Ich denke, die meisten kennen Unsplash, Pexels, Pixabay und so weiter. Das sind recht bekannte Bilderplattformen, die davon leben, dass eben die Community immer wieder neue Bilder hochladen. Hier würde ich mich auch als Autor registrieren lassen und da entsprechend dann Bilder hochladen und dann einfach warten. Nach einer gewissen Zeit bekommt man da, besonders bei Unsplash, weil es so eine Riesenplattform ist, Bilder müssen natürlich gut sein. Bekommt dann sehr, sehr viele Downloads, sehr, sehr viele Bilder, die dann eingetragen werden. Und dann würde ich nach ein paar Monaten schauen, welche Bilder wurden denn von welchen Seiten verlinkt und diese Seitenbetreiber dann anschreiben und nach einer Verlinkung zu der eigenen Webseite halt fragen. Also du gehst hin und sagst, hey, lieber Webmaster, danke, dass du dein Bild benutzt hast von unsplash.com. Kannst du mich denn als Urheber denn auch in deinem Artikel entsprechend verlinken? Ich habe die Taktik von ImpulseQ von Martin Brose übernommen. Danke für den Tipp. Wer mehr dazu wissen will, einfach mal geheime Backlink-Strategie bei YouTube eingeben oder einfach direkt den ImpulseQ-Kanal draufgehen. Dort wird das im Detail im 30-Minuten-Video erklärt. Sehr, sehr cool gemacht. Der einzige Nachteil ist hier, dass du oftmals Backlinks bekommst von Webseiten, die vielleicht nicht themenrelevant sind. Hier würde ich auch auf jeden Fall vorsichtig sein und nicht jeden anschreiben, nur um den Backlink zu bekommen, sondern es sollte auch thematisch natürlich passen. Aber nichtsdestotrotz ist es eine coole Strategie, um ja wirklich kostenlose Backlinks zu bekommen. Nächster Tipp ist E-Book veröffentlichen. Ein Klassiker, E-Book, aber ohne Paywall, ohne dass man sich da irgendwie registrieren muss oder Newsletter direkt mit abonnieren muss. Einfach ein richtig geiles E-Book veröffentlichen, was einen extrem hohen Mehrwert hat. Und dann kann man das wunderbar seeden in Foren, in Social-Media-Kanälen etc. Klar, Social-Media, die Backlinks sind nichts wert, aber man versucht damit Aufmerksamkeit zu generieren und kann natürlich auch sein E-Book in diversen Webverzeichnissen eintragen. Im Online-Marketing-Bereich gibt es zum Beispiel omlia.de. Das ist ein Verzeichnis, wo man ja sein Online-Marketing-Buch eintragen kann und da dann entsprechend einen Backlink erzeugt. Es gibt zwar verschiedene Verzeichnisse bzw. verschiedene Branchen ebenfalls. Da einfach alles mitnehmen, was geht und natürlich, wenn du da mit Werbung machst in Foren, immer den Admin vorher natürlich fragen. Nächster Tipp, Kooperation starten. Super easy, sollte natürlich Fun machen. Ich habe das gemacht mit Pascal Horn, Grüße gehen raus. Wir haben den Tee-Podcast gestartet, wo wir beide uns immer wieder getroffen haben, um Podcast-Folgen aufzunehmen. Um unsere SEO-Bubble zu bespaßen, sage ich das mal. Und das hat uns einige Backlinks mitgebracht, eingebracht und wir konnten natürlich von unserer Tee-Podcast.de-Seite natürlich unsere eigenen Agentur-Webseiten, unsere eigenen Brand-Webseiten stärken damit. Deswegen ein cooles Projekt gewesen, ist jetzt ein bisschen eingeschlafen. Ja, ich muss Pascal glaube ich mal anschreiben, dass wir nochmal Folgen aufnehmen. Aber wie gesagt, Kooperation starten mit anderen, die ebenfalls Einfluss haben, in einer gewissen Nische. Zu zweit kann man natürlich viel mehr Links aufbauen, viel mehr Leute erreichen, als wenn man das alleine versucht. Es gibt Unternehmen natürlich, die eine gewisse Über-mich- oder Über-uns-Seite haben und dort meistens Reiter mit in der Presse. Also sprich, Erwähnungen des Unternehmens, die verlinken dann entsprechend zu den Erwähnungen so eine Art Quelle. Jetzt muss ich natürlich dazu sagen, das sind oftmals Quellen, die ja sehr hochwertig sind. Also ein Unternehmen wird wahrscheinlich keinen Nischen-Seiten-Betreiber erwähnen. Hey, hier hat Staubsauger im Test24.de uns erwähnt, cooler Blog. Das werden Unternehmen nicht machen. Das muss natürlich was Seriöses sein, eine seriöse Quelle, die gewisse Reichweite erzeugt. Aber wenn du das schon hast, dann kannst du sowas auf jeden Fall mitnehmen. Da würde ich einfach schauen, in Text, dann in der Presse, bloß dein Keyword mal bei Google eingeben. Dann schauen, was es da für Unternehmen gibt, die natürlich nicht in Konkurrenz zu dir stehen, die so eine Unterseite haben. Und dann schauen, hey, kann ich das Unternehmen ebenfalls erwähnen, positiv erwähnen, vielleicht ein Interview mit dem Geschäftsführer betreiben und dann entsprechend da auch dann den Backlink bekommen. Nächster Tipp, schon erwähnt, Interviews oder ganze Interviewreihen einfach durchführen. Viele, oder was heißt viele, ich habe hier geschrieben, manche Gäste verlinken natürlich auch eine Art Über-mich-Seite, Repetitionsbeweis auf ihrer Webseite selbst. Das ist was Ähnliches wie in der Presse auch. Hier würde ich schauen, einfach, dass Einzelpersonen rausgepickt werden, wenn eine Art Meinungsführer in der Nische ist. und da einfach schauen, dass man die zum Interview einlädt, wenn die da einladen. Da würde ich die nicht anschreiben, hey, kannst du mich bitte verlinken noch in deiner Über-mich-Seite. Das machen die in der Regel von selbst, wenn du die nämlich fragst, hey, bitte verlink mich, das wirkt sehr, sehr needy und dann werden die das erst recht nicht machen. Deswegen lade die zum Interview ein, das kann auch ein Videopodcast sein etc. Das sollte am besten natürlich auf deiner Webseite passieren, damit eben der Interviewtisch später deine Webseite als Quelle verlinkt. Dann, nächster Tipp, Studien veröffentlichen. Studien müssen natürlich sehr, sehr außergewöhnlich sein und wirklich einen hohen Mehrwert mitbringen. Du musst natürlich nicht das Rad komplett neu erfinden. Wir haben damals, ich glaube 2017, eine Umfrage gemacht zum Thema Backlinks kaufen. Das hat irgendwie keiner bisher gemacht und es ist immer noch so, dass irgendwie 50% sagen, hey, Backlinks kaufen, auf keinen Fall machen und die anderen 50% sagen, ja, Backlinks kaufen, nicht machen und in Wirklichkeit machen sie es doch und gefühlt waren eher 80% der Agenturen Backlinks kaufen, aber ich will jetzt nicht so viel dazu sagen. Es erzeugt auf jeden Fall Aufmerksamkeit. Die Studie hat damals verschiedene Influencer, sage ich mal, in der SEO-Bubble, eine gewisse Aufmerksamkeit auf uns erzeugt, wurden zum Podcast eingeladen, zum Beispiel haben zwei, drei Backlinks bekommen, in Social Media wurden wir erwähnt. Das hat ziemlich cool funktioniert und die Studie muss halt entsprechend außergewöhnlich sein oder gewisse Aufmerksamkeit generieren. Und hier ist auch schon das Stichwort Aufmerksamkeit, das ist somit die wichtigste Währung in der Marketingwelt, auch in der Online-Marketingwelt. Wenn du Aufmerksamkeit erzeugst über einen längeren Zeitraum, dann steigt dein Brand-Search, die Leute werden auf dich aufmerksam, du kriegst automatisch Backlinks, du wirst auf Konferenzen eingeladen, du bekommst leichte Interviewpartner, du musst halt einfach immer am Ball bleiben und ja, geilen Shit machen und so steigen die Chancen, wirklich Backlinks zu generieren, Backlinks zu verdienen. Da musst du eben nicht dauernd irgendwelche Tricks anwenden, dich ganz schmierig irgendwelche Studentenjobs ausdenken und dann der Hoffnung, dass du irgendwo im Studentenportal von der Universität eingetragen wird, der Link wird nach 60 Tagen wieder gelöscht, ganze Mühe umsonst. Ich würde immer versuchen, auf einen langfristigen Weg zu gehen und da langfristig zu sehen, erfolgreich zu sein, das bringt dir in der Regel ja den größtmöglichen Erfolg, dauerhaften Erfolg, natürlich auch dauerhaft Backlinks ein. Das ist eigentlich so der beste Weg und noch ein Beispiel zum Ende, wirklich ein richtiges Buch bei einem richtigen Verlag zu schreiben. Also nicht ein eigenes E-Book zu schreiben, sondern wirklich auf Verlage zuzugehen, die sind wirklich dankbar für kreative, einzigartige Themen. Das muss natürlich was Außergewöhnliches sein. Also ich glaube, im Springer Gabler Verlag, wenn man zu dem hingeht und sagt, hey, ich will ein Buch über SEO schreiben, dann sagt er, wir haben schon 40 Autoren, die darüber schreiben. Das muss was Außergewöhnliches sein und das einfach machen. Also wir haben damals auch nicht gedacht, dass das so einfach geht, in Anführungszeichen. Wir haben ja im Springer Gabler Verlag ein Buch zum Thema Content Distribution geschrieben und einfach die Telefonnummer vom Hauptlektor haben wir rausgesucht über das Internet. Muss natürlich nicht machen, kann man auch E-Mails schreiben. Einfach grundehrlich sein, direkt sagen, hey, wir haben Interesse bei Ihnen im Buch zu veröffentlichen. Unser Thema lautet sowieso damals Content Distribution. Das hat den Herrn überzeugt und uns dann ein paar Wochen später entsprechende Verträge zugeschickt. Die haben wir unterschrieben und dann durften wir für diesen Verlag ein Buch schreiben. Und das hat wirklich sehr, sehr viel Aufsinnigkeit generiert. Wir wurden interviewt. Wir haben das natürlich auch ein bisschen befeuern können. Also den Springer Gabler Verlag, das hat einen gewissen Namen natürlich, wenn man da Autor ist. Das hat uns geholfen, als Entität besser wahrgenommen zu werden. Der Brand Search ist ebenfalls gestiegen. Und ganz, ganz wichtig, viele denken ja auch immer, wenn man ein Buch schreibt, dann hey, muss ich hier 50.000 Wörter schreiben, irgendwie über 1.000 Seiten. Das kann auch was Kleines, Kompaktes sein. Also unser Buch, wie wir es eingereicht haben, das waren 180 Seiten nur. Und das wurde runtergestampft auf 130 Seiten. Das muss also, wie gesagt, es muss keine Master, keine Doktorarbeit sein über 1.000 Seiten. Das kann auch was Komprimiertes sein. Beziehungsweise Masterarbeiten, jetzt haben wir auch in der Regel 200 Seiten. Das ist trotzdem natürlich Arbeit, mindestens mal ein Jahr sitzt du da schon dran, besonders wenn du das erste Mal ein Buch schreibst. Nichtsdestotrotz lohnt sich diese Mühe, immer langfristig denken. Und darüber hast du eigentlich meistens den langfristigen und sicheren Erfolg in der Tasche. Okay, das war es schon. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann ab damit in den Kommentarbereich. Würde mich freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Mach's gut, hau rein, ciao.